Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Splatoon, ne, das ist Sonic, Junge, herzlich willkommen zu Sonic Mania auf der Nintendo Switch, sorry Leute, schön, dass alle da jetzt, vielen Dank fürs Einschalten, und zwar sind wir jetzt hier in der Flying Zone und schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ich hab schon mal reingeschaut und bin gestorben. Nein! Oh, die Sau. Oh man, ein Zehner? Nein! Mach hier mal alles runter. Nein, wird hier verbrannt. Was haben wir hier? Nichts. Nothing. Bambarambarambam Bin nochmal nach links gucken. Na, Och Mann, ey. Da, ja. Da, schau her. Direkt wieder verloren. Oha! 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 Nicht aufstürzen! Wie kommt man denn da unten hin? Rinn, 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 Rinn. Jo, wie findet ihr denn diese Spielseiten? Ich find's ganz okay, also kommen wir mal spielen. Aber ich war ja auch, wie gesagt, nie so ein Phonics-Fan. Macht durchaus Laune. Mann, schnappen wir. Jetzt hab ich schon verkackt. Mist. Ich weiß ja nicht mehr, was trinken wir, wenn ich das mache. Den haben wir ja schon in Anführungsstrichen geschafft. Hä? Ach, kiek mal in. Creme war an der Decke. Na toll. Hahaha. Bearsche. Drei Minzen drin. Drei Ringe. Drei Ringe. Das geht, wenn wir den Strom haben. Oh man, jedes Mal. Wieder alle Ringe weg. Was ist das? Drei Ringe weg. Oh. 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 Oh, oh. Oh. Och ne, dann mal wieder hier! Woaaaaaaah! Ah, kann man das mal mal probieren jetzt hier? Nein, ich Idiot! Och! Das kann doch nicht wahr sein! Was ist denn das für ne unfaire Scheiße? Könnten wir mal gucken... Jetzt mal ohne Witz! Das ist doch total... Das ist doch total unfair! Woher soll ich denn wissen, dass da Stacheln sind? Weißt du? Also das ist ja wirklich scheiße! Das ist doch alles! Das ist doch so wichtig! Das ist doch nicht! Das ist doch... Ach maaaannn Jume! Hahaha Jetzt soll ja wohl irgendwie nicht sein, da ich das ja viel Kann ich nämlich auch hier Doch Nein, ooooh, insofern ich hab's runtergefallen Verdammt, Dax Nein, nein Ich wüsste schon warum ich früher den Sonic gespielt hab Weil ich einfach nicht klar komme damit Oh, geht's hoch Mach nochmal hier Ach man, ey Ah, eigentlich nicht schuld Alter, wie sollen wir denn da hochkommen? Ach so Ganz einfach Verrückt! Warum ist ein Leben? Brauch ich aber nicht Ohohoho, der Mien Jetzt ist die Frage, wo gehen wir hin? Ach guck mal, wir fahren woanders lang Ah ja ja, hm Oh Nein Oh, ich hasse dieses Spiel Ich hasse es Oh, ich hasse es Oh, ich hasse es Oh, ich hasse dieses Spiel Oh, war's in. gehen wir jetzt weiter da war ein Ring, den hat aber schon die Macht aber wie gesagt, ich war ja hier schon mal drin und da kann man den nicht nochmal nehmen oder reicht es bloß nicht wegen dem Ring die ich gesammelt habe ach was, wie ist der Fuchs wie ist der Fuchs wir müssen jetzt hier hoch und wieder hier hoch so, da ist er Mr. Eggman, Dr. Robotnik was ist der hier noch? weißt du? oh, der ist getroffen ok, jetzt kannst du mal ein bisschen mehr alleine hüpfen oh oh von was wurde ich denn jetzt getroffen die ganze Zeit springe ich gegen diesen Müll da passiert gar nichts ja und dann in dem Moment weiß der Fuchs warum ok, mal hier Flying Battery Zone 2 äh, Zone Egg 2 so oh, und das hier ist nein oh alleine diese diese Diräusch dass man gleich drauf geht dass man die Ringe verliert ist schon so nervig ich bin nicht abstürzen ich dachte schon er trifft uns aber jetzt sind wir ganz woanders ist nach unten stürzt sich der ab ach so ich muss in die richtung drücken wohin das das habe ich nicht gewusst oh da man hier hat er jetzt nicht weiter ach guck mal wir können ja mal wieder hier so eine bonus welt machen ich habe mich immer noch etwas bringt außer vielleicht leben mhm 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 datdatdatatadada Ja, aber Splatoon Spy haben wir ja nur durch, wa? Man könnte jetzt natürlich noch mit allen Waffen nicht durchspielen, aber puh. Haben wir mehr Zeit für Sonic und mehr Zeit für den Online-Modus in Splatoon? Mann, so, wo ist jetzt die Novot? Da. What? Ach, weil in der Mitte nix war, ja, na ja, na ja, natürlich, na-tür-lich, na-tür-lich. Oh, wie geht's denn da oben? Wie schnell das immer hier etwa? Im Grunde kann man ja ganz reagieren. Kann jemand nochmal nach rechts gucken? Nein! Du dumme Sau! Wie geht das überhaupt? Ach, guck mal, jetzt war ich drauf! Oh, jetzt wird die Propeller da unten gekommen. Ah, das ist doch ne Scheiße! Warum fliegt der jetzt hier wieder runter? Nein! Haha! Ey, nur am aufregen. Nächstes Tor. Da brauchen wir mehr Anlauf! Da brauchen wir mehr Anlauf! Nehmen wir hier lang. Jetzt du das! Äh, schön im Müll! Heu, 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 heu! Schön durch den Müll! Lecker! Boah! Nein, nicht dagegen springen! Boah! So lange nicht jung! Da unten ist ein Ring! Was hast du? Der Schall, der eh? Oh mein, in dem Moment wurde ich da! Wilde Fiyu! Oh, wo ist ab, ey? Wir haben neun Ringe! Und die Anzahl der Ringe ist ja im Grunde egal für den... Achso, wir müssen hier... 15 Minuten sind schon verjangen! Bitte, babe! Boah! Boah, krass! Nein! Warum?! Boah, wir haben nur noch ihn neben Leute! Leute, 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 Leute. Das ist doch Schrott hier, ey. Ich hasse das. Wow. Alter. Wie krass. Hier waren wir schon mal. Ja, Leute, erst mal herzlich willkommen zurück zu... Ich bin wieder da. Ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Wir waren irgendwie ganz woanders. Ach, guck mal hier. Oh, zum Blick müssen wir da nicht durch. Jetzt kommt der Bus. Oh, was ist denn mit? Eine Robo-Spinne. Dong-dong-dong. 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 Dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong Ach so, ich muss hin da, eigentlich. Stacheln drücken. So ist... Oh! Oh Gott! Das war seine Rotze, ey! Nein, war der Knopf! Knopf hier! Komm ab! Nö! Nö! J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J Hohohohohohohoho! Nein, es ist auch noch selber eng. Ja! Oh Leute, endlich habe ich diese Weld, diese Weld, die ihr schafft. Man kann sich das doch unnötig selber schwer machen. Kommt raus, ihr kleinen Viecher. Brrr. Junge. Endlich. Press Garden Zone machen wir im nächsten Part, Leute. Ich bedanke mich für die Zusehen, wenn es euch gefallen hat, lasst dann bitte einen Daumen nach oben oder ein Abo. In diesem Sinne, macht's gut, Leute. Ich wünsche euch was. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.